Viel Erfolg und einen schönen Start in den Schultag! Hi, ihr Süßen! And here, she comes Patty Simcox, das Schickimicki, sexy girl, der war der Highschool. Harri, ich liebe den ersten Schultag, ihr nicht auch? Oh ja, total. Okay, Leute, wollt ihr es hören? Oh ja, total. Oh, 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 oh. Tell me more, tell me more, did you get back? Tell me more, tell me more, like does he have a car? Das stimmt irgendwie nicht ganz normal. Er wollte es ganz. Er war ein richtiger Gentleman. Und wie heißt der Gentleman? Danny. Danny Suto. Tja, Sandy, weißt du, wenn es wirklich die große Liebe ist? Naja, vielleicht geht dein Traum ja in Erfüllung. Du triffst eines Tages deinen Traumprinzen wieder. Ach, tut's weh. Ist okay, Sandy. Du musst üben. Ja, und dann bringe ich dir Französisch rein. Voll cool. Ciao. Voll eklig. Gar nicht. Die Jungs finden's toll und nennen mich deswegen Frenchie. Ja, stimmt. Oh, ich friere so. Wow, Marty, wo kommt der denn her? Von einem Jungen. Ein Matrose. Und so süß. Seit wann kennst du ihn? Seit ein paar Monaten. Wir sahen uns und peng. Dann musste er zur See. Jetzt kommen Geschenke. Und das hier. Oh, süß. Verlobt mit einem Matrosen. Also auf See muss ich immer kutzen. Schreibt ihr, Marty? Klar, ein E-Pro-Geschenk. Aber was schreist du ihm dann? Na was wohl? Schickt mehr Geschenke. Also spielen wir jetzt Babysitter für diese Sandra Dee oder was? Ja. 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 Mit dir sage ich she Gina ähnlich oder? Na. Na ja. Neben Gina hast du keine Chance. Und die haben auch gepumpt. Ja. Du musst das wissen, Stoff-K woah. Hey Danny, wie wär's als College-Girl? Bulaula! Hey, sie gehört nem echten Sportsmann! Wart war da nicht auch so was? Im Ernst, Danny, mit den Spaghetti-Beinen! Immer noch besser als da! Was für Titel! Wie meinst du das? Ich bin der König der Munas! Der... was? Munas! Vollmond! Blanker Arsch! Ich bin der Munas, der meinte an Highschool! Du zeigst deinen nackten Hintern? Das macht man nicht! Ist ja richtig ungezogen! Ach doch, das passt! Sie haben gar schon die alte Lynch gewohnt! Aus dem Augenfenster! Und sie hat mich nicht erkannt! Zu gut! Da wär ich auch gern dabei gewesen! Ich und meiner... Ja? Ich, ich auch gern dabei! Hey, Frenchy! Maxi, Maxi! Du kannst doch immer noch zum Tanz gehen! Auch wenn du auf deine Cosmos-Schule gehst! Ja, na klar! Wieso? Vielleicht... Sehen wir's dann! Ach, ach, ach! Ach, ach! Henneke, hol du mich morgen ab! Ich besorg' uns Tanzstudien! Wie denn? Mit dem Lasso? Zwölf Uhr Mittags beim High Moon, oder was? Na, ist schon ein Blind Date! Oh, yeah! Ja, man hört eine Bombe drauf! Ich glaub, es geht nicht! Hm? Wieso nicht, Martin? Niemand mehr darf vermissen! Niemand? Niemand! Ey, doch! Wer? Eugene! Giving! Yeah! Das war ihm dannereional ü Display. Vielleicht habt ihr gegeben, also? dass die ganze Sendung, beziehter! Abgeordnets für dich. Woah, wenn75o. high ist aus! Ein Mannes für dich. Wo geht ja weiter! Oh, yeah! 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 Herzlich willkommen bei MyDell High School Bands. In wenigen Minuten geht's los. Nur noch eine kleine Nummer zum Aufwärmen. kilomet neighborね Ci Automatis Toste Niveiy Mas Toste Ent sistem pan I love it, I love it, I love it Musik 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 Yeah! Meinst du das? Na, bist du gesund? Kann man sagen, gesund schon. Meinst du, bist du schwanger? Weiß nicht, bin mir nicht sicher. Das sieht toll aus. Jetzt Funke Niki? Nein, von dem doch nicht. Nee, du kennst den Kerl nicht. Aber kein Wort zu niemandem. Klar, ich sag den, schlumm wie ich dich. Kein Wort. Hey, Rizzo. Ich höre, du bist nicht mehr allein. So hört man das an. Danke mal, die Frillechen. Sammy? Was ist, Coco? Total anders. Heller Junge, bist ja richtig lernfähig. Doch nicht so dumm, wie du aussiehst. Au, das tut ja richtig weh. Und, was bin ich jetzt für dich? Los, sag es den Leuten. Schön langsam und verständlich. Hund und Verständnis. tow Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017